Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Vesperia. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, wenn ihr wissen wollt, wie unser Abenteuer hier, ja, weiter geht, dann bleibt dran. Nach meinem Intro erfahrt ihr's. Bis gleich. So, ja, da bin ich wieder und los geht's. Ja, jetzt muss ich erst mal schauen, was wir denn hier überhaupt... wo wir denn hin müssen? Hm? 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 Ah, hey Opa, weißt du was wir machen müssen? Achso. Was? Oh. Ja? 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 Das war's für heute. Was ist das? Das ist doch nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Oh, bitte, bitte! Ich bin auch. Wenn ich mich nicht verletzen kann, dann muss ich mich nicht verletzen. Ja, danke. Oh! Das ist nicht so, was ich gesagt hat. Ich bitte nicht. Sie wollen doch einfach nicht so sein. Super, ich habe das. Ich habe das jetzt geblieben. Oh, ich bin so. Oh, das war die Welt. Oh, Schizuka. Ich kann das nur den Weg nicht beendet. Das ist nichts, was ich eigentlich nicht. Hm, das ist wohl wahr. Ui. Alter, jetzt kriegen wir aber einiges, mein Lieber. Das ist ja geil. Cool. Cool. Wow, das war ja reichlich Geschenke. Yuri-san ist sehr lieb. Mach mal, Yuna. Ich bin nur froh, und ich bin nur froh. Hey, wer ist das denn? Kannst du das bekommen? Ich bin nur froh, und ich bin nur froh. Ich bin nur froh. Ich bin nur froh. Ich bin nur froh. Loll. Hahaha. Ui, tausend kalt. Auch noch. Oh ja, nehmen wir gerne. Dann... Na, na, na... N-n-nani-goto da? Rapido... Nero, du sahst, du brauchst. Du bist doch so freig. Ein guter Typ, oder? RIPIDO. Ja, was zum Beispiel ist es von rundherum, oder? Ich weiß nicht, aber schaue mich. Ich habe esillos, Uri! Wir werden uns zu verhusehen! Wir gehen! Der Repeat hat sich uns angeschlossen. Cool, wir kämpfen mit dem Hund. Okay. Puh, wir sind draußen. Gut, warten wir mal. Ich habe auch eine große Teile für die Reise. Ich habe auch viel Geld bekommen. Sie sind auch nicht, dass sie sich keine Arbeit für die Reise haben. Sie sind so wichtig, dass sie sich selbst an den Reise haben. Sie sind nicht so wichtig, dass sie sich nicht mehr so an. Sie sind nicht so an. Wenn ich so ein Geld für mich, dann muss ich dir das. Ich will nicht, dass die Schmerzen der Schmerzen nicht wieder zurückgeht. Pilzpulver, hm hm. Ja, ich sehe, ich muss noch ein bisschen mit dem Kampfsystem üben. Ah, guck mal her. Fetisch sind aus wie Pflanzen. Und Schuss. Na ja. Geh auf! Also. Dann gehen wir mal hier lang, ne? Hey du Kleiner, komm her. Oh, das sind ja eine Gruppe. Na ja. Süß. Die Militia-Braut. Oh, okay. Jibbi. Ein Level-Up, ne? Das nehmen wir doch gerne mit. Gibt's ja auch Schätze. Oh, der ist hier. Na dann komm her. Mal gucken, ob die besiegen können. Ach du Scheiße. Hey. Aua. Hörts doch auf. Hörts doch auf. Ah, doch. Oh, das ist ja. Da macht man das. Hörts doch auf! Ah, das ist ja. Wunderbar ist es nicht genug. Oh, was ist das hier? Betreten, naja, gehen wir mal rein. Weit weg. Seid gegrüßt, jo, danke. Wo sind wir denn hier? Hallo. Ein Geschäft. Eine Herberge zum König der Abenteuer. Das klingt doch gut. Das ist Ritsch, doch Ritsch. Juri wieder. Ach, ja, gut. Ähm, ja. Genau. Haha, sind wir beide verheiratet. Ach, ich würde sagen, ausruhen. Ha, ha, pennt gut. Ja, nehmen wir doch gerne an. Seashoor. Wir kommen wieder, denke ich mal. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Ich bitte hier auch. Hier auch? Ich weiß, was Rapido gesagt hat? Nein, absolut. Na, das ist so. Okay, wir müssen ja immer noch weiter in Richtung Noten. Aber jetzt nehmen wir auch ein paar Gegner hin. Aua. Hey, hört er auf. Aufhören. Ich schnack euch. Komm her. Da. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Okay, wunderbar. Kann ja eigentlich nur hier sein, oder? Fragezeichen. Aber? Das ist ja eigentlich doch in Ordnung, oder? Na gut, gehen wir mal rein. Was ist das? Vielleicht ist es doch nicht so... Ich bin dabei, dass du dich hier bestand. Ich bin dabei, dass du dich in der Welt verknallst. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Hast du mit Yuri? Ich will euch auf jeden Fall jetzt. Dann, ich will kurz den Frenn in die Hände. Die Hände sind ein wenig zu vertreten. Ich weiß, dass du wirklich gut verstecken ist. Ich weiß, dass du wirklich gut verstecken. Ich weiß, dass du wirklich gut verstecken. Oh, sehr schön. Kennshou Assam hat eine besondere Art und die Technik in den Spielen verwendet. In der Bordy Blastia gibt es die Technik aus den Spielen verwendet. Ja, interessant. Oh, das ist ja geil. 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 Es gab eine Art von Gritia-Wand zu den Menschen, die in den Spielen verwendet haben. Oh, ich dachte, ich habe nur für die Technik und die Technik und die Technik und die Technik. Das ist ja echt fetzig. Ich denke, ich habe nur für die Technik und die Technik und die Technik, die Technik und 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 die Technik. Ich bin in den Spielen verwendet. Ich habe gerade eine Art von den Spielen verwendet. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gut. Ich bin in der Welt, aber ich liebe es für die Technik. Schon mal wieder mit der Stimme an die Stimme zu verfolgen. Wenn ich die Stimme verfolgen, dann muss ich das Stimme sein. das ist das Stimme. Die Stimme wird gemeinsam mit 4 Stimme gesetzt. Wenn ich die Stimme setze, die Stimme setze, Interessant. Na, das ist ja echt Hammer, gell. Okay. Ja, ich werde es versuchen. Das heißt, da müssen wir ja sowieso auch mal ein bisschen, ja, paar Monster besiegen. Jetzt das so gut? Ja. Ja. Eigentlich ist das so gut. Kleine Geschichte. Kleine Geschichte. Ja. Ja, ich bin auch hier in der Gäste. Ich bin auch hier in der Gäste. Ich habe einen Schmack in der Gäste und habe einen Schmack. Was hast du denn gemacht? Ah. Was hast du denn gesagt? Hm, hm. Ich hab's nicht gehört. Hä? Hast du was gesagt? Null. Ich hab' die Informationen, also ich hab' da gebeten. ich wollte das buch was ich wollte jetzt aber gerne... wo ist denn der? ach da was hast du denn feines? hm das ist besser okay äh was haben wir denn? 4200, das wurde ca. ok ok wie kann ich das jetzt kaufen? hm ich hätte es jetzt gerne bitte... ach da open kaufen nein einmal rechts so wunderbar und kann ich das jetzt nicht auch gleich ausrüsten? wow das ist ja bedeutend besser achso wir hätten vielleicht auch gucken können ob wir kürzer ah das ist ja cool ach so ach so ach so gut ich glaube dann braucht man wahrscheinlich auch noch stärkere rüstung ne? hm ein hund der stiefel tragen kann krass ähm naja oder ein umhang hm magie verteidigung beweglichkeit ah dann machen wir mal das ich habe umhang ok gucken wir mal was man noch hat kaufen ok dann können wir auch nur das erstmal kaufen naja ist ja besser wie gar nichts hm da haben wir noch ok ich denke dann haben wir ja alles soweit können wir das auch gleich mal ausrüsten oh ja das sieht doch gut aus oh ja ok achso kann ich dann das eine können wir doch das andere noch verkaufen ne? kann ich das ja auch gleich alles dreis auswählen? ah super kann ich das ja auch gleich alles dreis auswählen? wunderbar das braucht man auch nicht mehr bringt alles Geld so sehr schön gut das mache ich ah speichern sehr gut was hast du zu sagen? ok ok ja finde ich auch ähm müssen wir warten ok was ist mit dir junge dame? hm gut dann gute reise was ist mit dir? ja ja wo ist es mit dir? ja keine 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 nicht das ist mit dir ja das ist mit dir so das ist mit dir zu die ist ja ganz mal Ach halt, ich glaube, mit denen haben wir auch noch nicht geschwommen. Interessant, interessant. Was mit dir, Kleiner? Kann man eigentlich hier die Fässer nähe, gell? Schade. Wo ist das? Hm, lol. Und du? Ah ja, alles angsthaft. Na ja, gut. Ähm, wie dem auch sei, ihr Lieben. Wie ich sehe, ist nämlich leider die Zeitschulderin. Ja, aber. Jetzt sind wir zumindest eigentlich mal in der neuen Stadt drin, ne? Ja, haben auch neue Waffen und Rüstung. Ach, mit denen kann ich auch sprechen. Wuff. Oh. Wuff. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge auch sehr gefallen hat. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und, ja. Bin ich mal gespannt, was uns dann in der nächsten Folge erwarten wird, ne? Jedenfalls wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen dieser Folge. Und auf meinem Kanal. Ja, bleibt alle gesund. Und munter. Und, ja. Viel Spaß euch jetzt noch. Und alles Gute euch, ne? Euer Ossi Zocker, Markus. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Hier auf meinem Kanal. TV Gelderland 2021